Herzlich willkommen wieder zu unserer Serie die Nasenkorrektur ohne OP, die häufigste Behandlung in Deutschland hier bei uns beim MC Aesthetics und die Nasenkorrektur ohne OP diesmal mit einer Nase, die schon voroperiert worden ist. Man sieht hier die Kante und man sieht, dass es halt eben etwas unnatürlich aussieht und die Patientin möchte auf jeden Fall, dass es eine natürliche Nase wird. Sie möchte nicht darauf angesprochen werden, die Nasenspitze möchte sie etwas angehoben haben und auch einen natürlichen geraden Verlauf haben, ohne an der Nasenspitze einen steilen Aufwärtstrend zu sehen. So, die Behandlung ist zu Ende und man kann hier eigentlich schön sehen, was für ein schönes Ergebnis hier daraus geworden ist.